Narkotikum. Als Narkotikum bezeichnet man Mittel, die eine lähmende Wirkung auf das Nervensystem haben. Narkotika ist der Plural zu Narkotikum und Narkotika sind ähnliche wie Anästhetika. Ein Narkotikum wird also gegeben zur Erzeugung einer Anästhesie bzw. einer Narkose. Es gibt verschiedene Formen von Narkotika. Auf gewisse Weise gibt es auch schon uralte Narkotika, wie zum Beispiel auf dem Pflanzenreich Erythroxylum, Coca oder Papave somniferum. Die beide sind Narkotika auf natürlicher Basis, die aber auch suchterzeugend wirken können. Genauso auch gibt es Pflanzenmittel, auf die letztlich auch sonst wie ein Narkotikum wirken können. Zum Beispiel gibt es die verschiedenen Opiate wie Heroin und andere. Und so gibt es natürlich auch das Suchtmittelgesetz, das sagt, dass eben als Ziel hat, dass man keine suchterzeugenden Narkotika zu sehr zu sich nimmt, denn Narkotikum kann eben auch zu verschiedenen Problemen führen. Narkotikum kann also ein Betäubungsmittel sein, ein Narkosemittel, ein Allgemeinanästhetikum. Es gibt aber auch Narkotikum als Rauschmittel und da gibt es eben Morphium, Opium und Kokain, die schon in gewisser Weise in manchen Kulturen vor vielen Jahrhunderten existiert haben. Es gibt auch natürliche Weisen, irgendwo Schmerzfreiheit zu gewährleisten, zum Beispiel über Hypnose-Techniken oder auch über Akupunktur. Es ist auch möglich, Operationen durchzuführen unter Hypnose oder Akupunktur. Man muss nicht unbedingt ein Narkotikum geben. Allerdings bei größeren Operationen ist natürlich die Anästhesie sehr viel wirksamer und auch sicherer als Akupunktur oder Hypnose.